Kann ich euch helfen, hübscher, aber gefallene Lady? Das hoffe ich. Ich soll Ballett tanzen im Saloon, also denke ich, ich brauche einen Ball. Ihr habt euch wohl zum Bücherwürmchen entwickelt, was? Tatje, mein aufrechter junger Marketender-Freund. Ich will Verschiedenes. Ich will ein Spiel gezinkter Karten, eine geladene Kanone und ein paar getestete Kuh-Euter-Kondome. Obwohl wir sie in diesen einfachen Zeiten nicht brauchen, aber was soll's. Sie fühlen sich so gut an, dass wir die Weiber nicht brauchen. Hey, nicht vor dem Jungen, Mr. Darcy. Sie bringen ihn sonst auf Ideen. Ja, sonst verzieht er sich jetzt gleich hinter die Scheune mit seiner Holzfrau. Augenblick noch. Hey, bestell mir doch noch ein paar Krüge, ja? Danke. Ma, du jagst den Kunden doch Angst ein, wenn du immer zu in diesen blöden Kasten starrst. Ja, ich weiß, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es eines Tages so kleine Menschen geben wird, dass sie da reinpassen. Ja, ich weiß nicht nur, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sp Lectiven. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Vielen Dank.